Der Bitcoin-Boden, was muss dafür passieren und wie stehen die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass wir uns jetzt in den nächsten Bullrun hier bewegen, wo sind dann unsere Kauflevels und wo sind unsere Kauflevels, falls wir nochmal auf ein neues Bärmarktiv hier abverkaufen werden. Das erfährst du hier alles im Video, das heißt unbedingt dranbleiben und damit Servus und Herzlich Willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading on Air. Ja, wir schauen uns heute wie immer Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an. Was sind die markanten Level, welchen Fahrplan können wir hier verfolgen und wo können wir auch trade-technisch wieder aktiv werden. Wie gesagt, das erfährst du hier im Video, das heißt unbedingt dranbleiben und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins noch vorneweg, wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Alber zu pushen. Würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir jetzt direkt rein, Kryptomarktkapitalisierung hier wieder auf den Weg zu einer Billionen-US-Dollar-Marke. Somit ja hier 30 Milliarden hier noch drunter. Somit circa plus minus 0 die letzten 24 Stunden. Wir sehen es auch, Bitcoin hier 20.700 Dollar plus minus Nuller-Runde. Selber Spiel hier bei Ethereum, 1.530 US-Dollar plus minus 0 die letzten 24 Stunden. Gut, dann gehen wir noch auf die Ausreise hier ein. Einmal Flow hier mit fast 10%, Filecoin fast 10%, Lidodau mit 5%, Optimism hier 3%, das heißt im Allcoin-Bereich hier definitiv ein paar Zugaben wieder, aber auch hier Abgaben. Selbstverständlich einmal Synthetix, dann Decentralen-Mana hier mit fast 7%, Gala 4%, Aave 5%, das heißt hier auch doch einiges nach unten hin. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Chartanalyse und fangen hier beim Bitcoin auf den Daily-Tempel an. Schauen wir uns an, wie die gestrige Daily-Candle hier geschlossen hat. Und die war per se weiterhin erst einmal Bullish. Das heißt, wir haben jetzt die letzten drei Daily-Candles erstmal immer sehr, sehr Bullish geschlossen. Immer über den Docht der Vorkehr, einmal über diesen Docht. Wie gesagt, das sieht sehr Bullish aus, dass wir uns in die 20.000 Dollar-Region hier erstmal bewegen werden. Gut, jetzt stehen wir mittlerweile schon bei 21.000 Dollar. Wir gehen auch weiterhin davon aus, dass das noch nicht das Ende war. Kommen wir jetzt gleich dazu, aber per se das nächste, markante Level wären hier einmal die 21.500 Dollar. Sollten wir das per Daily-Close rausnehmen. Deswegen sieht es ja danach aus, dass wir hier die 23.000 Dollar erstmal attackieren werden. Beziehungsweise gegebenenfalls sogar die 23.750 Dollar. Kommen wir jetzt aber gleich auf den kleineren Zeitanhalten dazu, wieso das auch mit der Intra-Analyse erstmal übereinstimmen würde. Damit würde ich sagen, gehen wir auf den 4-Stunden-Timeframe und für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, kurz zum übergeordneten Fahrplan. Wir gehen davon aus, dass wir seit dem All-Time-Heil einer WXYXZ-Korrektur abverkaufen werden, dass mindestens auch die 16.000 Dollar hier geschehen wird. Gut, das ist jetzt schon geschehen. Jedoch gehen wir stand jetzt immer noch weiterhin davon aus, dass es das noch nicht war. Das heißt, wir gehen weiterhin von einem neuen Bärenmarkt-Tief hier bei Bitcoin aus. Und aktuell setzt sich das vorzugsweise zusammen hier bei den 15.275 Dollar runter bis zu den 11.553 Dollar. Das heißt, hier werden dann unsere nächsten langfristigen Akkumulationspositionen hinterlegt. Aber die kommen selbstverständlich auch in die kostenlose Telegram-Signalgruppe rein, wenn das konkreter wird. Wenn wir hier mehr Daten vom Chart haben, um die Bereiche auch genauer bestimmen zu können. Aber wenn du sowas nicht verpassen willst oder auch Trades, kannst du gerne mal die kostenlose Telegram-Signalgruppe auschecken. Link dazu in der Videobeschreibung. So sehen da beispielsweise Signale aus. Ganz, ganz wichtig sind unsere Trades, wie wir traden. Das heißt, ihr könnt die nachmachen, müsst es nicht. Aber ihr seht es auch hier schon. Wir präsentieren euch hier nicht umsonst einen Stop-Loss-Set. Es war einfach der letzte Trade. Das heißt, auch hier passieren Fehler. Es ist einfach menschlich. Im Trading gehören Stop-Loss-Sits dazu. Wir sind ja auch komplett transparent. Kommt auch jeden Monat ein Traderiste rein, wo wir die gesamten Trades hier getrackt haben. Das heißt, du kannst da gerne selbst ein Bild machen. Aber wie gesagt, keine Anlageberatung an dieser Stelle. Aber selbstverständlich auch die Talk- und News-Gruppe unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommen unsere Trade-Ideen rein. Oder auch mal kurze Zwischen-Updates, falls sich hier irgendwas Spannendes getan hat. Oder falls du einfach nur den Austausch mit der Community suchst, kannst du hier auch gerne beitreten. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter hier mit der Analyse. Das heißt, wir gehen aktuell davon aus, ABC nach unten, dass wir hier ein W geformt haben, in einer X jetzt hochkommen, um dann in einer Y weiter abzubekaufen. Das hat sich, und das muss man auch so sagen, hat sich zum letzten Video hier geändert. Wieso? Weil das einfach aktuell der Weg des geringsten Widerstands hier ist für uns. Und ja, wir oder der Count aus dieser Sicht hier einfach am wahrscheinlichsten ist für uns, dass wir hier nochmal abverkaufen werden. Denn mit einer überschießenden B das Recht zu machen, ist einfach, das heißt, nur sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es hat einfach eine geringere Wahrscheinlichkeit wie dieser Count. Das heißt, aktuell die Wahl dieses Counts. Und wann wir jetzt auf dem bullischen Farbland switchen, da kommen wir jetzt auf den kleineren Seiteinhalt dazu. Denn wir haben das folgendermaßen geteilt oder unterteilt. Und wir haben es euch auch in diesem Bereich hier gesagt, das kann das Ehrenmarkt-T4 gewesen sein. Aber es ist nicht unser primäres Szenario. Wir haben ja auch nicht umsonst bei 16.200 Dollar die ersten Positionen hier hinterlegt. Denn ja, jeder, der bei 20.000 Dollar hier gesagt hat, ja, Dollar Cost Average, Dollar Cost Average, da haben wir ausdrücklich gesagt, wir erwarten ein neues T auf mindestens 16.000 Dollar. Und da werden wir langfristig wieder akkumulieren. Diese Position haben wir in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe durchgegeben. Das heißt, hier haben wir akkumuliert. Dazu muss man sagen, auch nur zu 20%. Das heißt, 80% des Kapitals sind aktuell noch in trockenen Tüchern. Wenn wir diese jetzt einfach blind investieren würden, hätten wir denselben Preis wie die ganzen Personen, sage ich jetzt einfach mal, die in dieser Phase hier gesagt haben, 20.000 Dollar, Dollar Cost Average. Das heißt, hier hätten wir denselben Preis, hätten dem zu vollgeben keinen Nachteil. Nur wir haben jetzt noch die Möglichkeit, hier weiterhin von diesem Abverkauf zu profitieren mit diesem Kapital. Das heißt, aus dieser Sicht definitiv ein Vorteil, dass wir hier eben erstmal abgewartet haben. Und wir haben hier die günstigen Preise zu den 16.000 Dollar erst einmal bekommen. Das heißt, das dahingegen, dass 20% des Kapitals bereits hier investiert sind. Dann, auf einem 1-Stunden-Timeframe haben wir das jetzt wie folgt unterteilt. Denn wir gehen davon aus, dass das hier eine A war, das hier runter eine B, wir gerade in der C am Hochredtracing sind. Ganz, ganz wichtig wird, wir haben in der C jetzt eine 1 gesehen, eine 2, womöglich die Welle 3 hier bei den 21.200 Dollar, kommen jetzt gerade runter in der Welle 4 und das wird jetzt entscheiden, beziehungsweise dann der nächste Abwurf der Welle 5. Erstens, wo wird da hingehen? Zweitens, wie sieht die Korrektur danach aus? Denn, wenn wir jetzt beispielsweise sowas sehen, die A hier formen, die B dann hier, mit der C gegebenenfalls schon auf 2.618 hier kommen und dann uns mit so einer Korrektur hier runterhangeln und dann tatsächlich nochmal eine A high sehen, dann sehen wir schon, wir haben übergeordnet ein Fünfteil hier ausgeformt. Dann rechnen wir das jetzt einfach mal grob, dann sagen wir, ja okay, der Fünfteil geht hier auf die 25.000 Dollar, was jetzt schon sehr, sehr stark wäre, aber wäre jetzt nichts Ungewöhnliches. Oder sagen wir, wir rechnen es mal noch höher, sagen wir 26.000 Dollar, dann nehmen wir uns hier das Fibonacci Tool und wir messen das einfach mal vom Lowpunkt hier von dem 15.800, wo wir waren, ziehen das jetzt mal hier rauf, auf die 26.000 Dollar und machen uns dann hier erst einmal unser Wellen 2 Retracement an, denn dann erwarten wir in jedem Fall mindestens nochmal das Anlaufen des 0.5er Fibonacci Levels. Wir machen das jetzt hier nochmal ganz, ganz schnell weiß. Das heißt, wir erwarten dann mindestens das Anlaufen des 0.5er Fibonacci Levels hier ungefähr in der Region der 21.000 Dollar. Das heißt, jetzt zu kaufen, hätten wir den selben Preis, wie wir dann im Anschluss die Korrektur sowieso erwarten. Das heißt, wir hätten dann einfach nur mehr Sicherheit und würden dann in diesem Bereich hier eben uns nochmal einkaufen. Jedenfalls geht es nochmal runter auf die 19.000, 18.000 Dollar. Aber wir haben dann eben die Sicherheit, dass wir übergeordnet einen großen Fünfteil hier nach oben hingesehen haben und würden dann hier wieder in diese Korrektur hier einsteigen. Das heißt, wir kriegen den selben Preis, beziehungsweise gegebenenfalls sogar nochmal günstigere Kurse und haben eine höhere Sicherheit. Das heißt, so aktuell der Fahrplan, sollten wir diesen Fünfteil hier nach oben sehen, kaufen wir uns in die Korrektur mit den 80%, vielleicht auch nur mit 60% ein, aber da halten wir es dann selbstverständlich in der Gruppe auf den Laufenden und sollten wir hier runterbrechen, dann selbstverständlich die langfristige Akkumulationsbox hier zwischen den 15.300 bis 11.500 Dollar im Blick behalten, aber auch da halten wir euch dann auf den Laufenden. Das heißt, so unser Fahrplan aktuell für die langfristigen Käufe und jetzt gehen wir noch auf das untergeordnete Geschehen ein. Das heißt, wir gehen aktuell davon aus und das ist auch mit Vorsicht zu genießen jetzt an dieser Stelle, dass wir hier, wie gesagt, diese drei hier geformt haben und jetzt aktuell runterkommen in dieser Welle 4, um dann mit einer 5 nochmals höher zu drehen und aktuell liegt hier der Fokus auf die angesprochene 23.000, gegebenenfalls sogar 23.800 Dollar, wie wir das vorher auf dem Daily Timeline gesehen haben. Das heißt, auch hier wird dieser Widerstand durch die Mikrostruktur auf den kleineren Zeitanheiten hier nochmals verstärkt und wenn wir jetzt hier runterkommen, sehen wir sehr, sehr starken Supportbereich hier in der Region 19.550 US-Dollar, runter bis 19.150 US-Dollar, sehen Sie, hier kommt der 1.618-Bereich hier rein von dem WXY in Rot und das 0.382-Fibernatsch-Level hier bei den 19.400 US-Dollar und wir haben auch noch unser CMI-Gip bei den 19.550 US-Dollar, was diesen Bereich hier nochmal verstärken würde, zusätzlich Ineffizienz hier nochmal auch auf die kleineren Zeitanheiten. Das heißt, hier wirklich sehr, sehr starker Support für Bitcoin und wir warten dann in jedem Fall hier die Trendwende nach oben hin raus. Sollte es jetzt nach oben hin weitergehen, erstmal das Golden Pocket hier bei den 21.500 US-Dollar bis 22.000 US-Dollar im Blick behalten und sollte das fallen, sehen wir auch auf den Daily Timeline, dann würde auch hier höchstwahrscheinlich die wichtige Widerstandsmarke hier fallen und dann sehen wir uns relativ schnell bei den 23.1, gegebenenfalls sogar bei den 23.8 und da ist dann der Make-or-Breakpoint für Bitcoin, für einen möglichen Bullrun oder ob wir doch nochmal auf ein neues Bärmaktiv hier abverkaufen. Das heißt, aktuell müssen wir mehr reagieren, mehr analysieren, was das Kursgeschehen uns hergibt und dann eben weiterhin agieren oder ja eben Trades oder Trade-technisch eben wieder aktiv werden zu können. Das heißt, jetzt hier blind, long oder short zu gehen, machen wir definitiv nicht. Wenn wir runterkommen, gehen wir long, wenn wir hochkommen, short, aktuell halten wir da eher die Finger dazu, da wollen wir jetzt noch eine klarere Struktur sehen, denn wir können diese Welle 3 hier auch erst hier hier oben finishen, das ist definitiv legitim. Wir haben unten noch sehr, sehr viele One-Two's, die wir gegebenenfalls einzeichnen können. Gefällt uns aktuell nicht so, weil umso mehr One-Two's man hat, umso unwahrscheinlicher wird das ganze Szenario. Das heißt, aktuell die Wahl so von unserer Seite und gefällt uns aktuell auch am besten. Das heißt, das ist unser primäres Szenario. Jedoch, wenn wir höher kommen, shorten wir nicht. Wenn wir runterkommen, wird es auch von dem Alternativ-Szenario gestützt, dass wir auch hier höhere Preise hier erwarten. Das ist definitiv hier starker Support. Primäres Szenario deutet dorthin, sekundäres Szenario wäre nichts Unübliches, wenn wir eben in diese Region hier kommen. Das heißt, auch im sekundären Szenario wäre hier von Support zu sprechen, was eben das aus Trade-technischer Sicht einfach sehr lukrativ macht, hier dann auch eben aktiv zu werden. Das heißt, zusammengefasst nach unten in die wichtigste Marke, 19.550 US-Dollar und das Go-Tool-Level einmal die 18.800 Dollar. Nach oben in die wichtigsten Widerstandsmarken, 21.500, 23.100 und dann final die 23.800 bis 24.000 Dollar. Das heißt, da ist dann der Endgegner und da erwarten wir dann in jedem Fall erstmal eine stärkere Gegenbewegung. Gut, soviel zu Bitcoin, gehen wir noch ganz, ganz schnell zu Ethereum und auch hier auf den übergehörigen Account für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind. Analog zu Bitcoin, WXYXZ nach unten hin und auch hier gehen wir weiterhin daran aus, dass wir nochmal ein neues BR-Markt, die wir brauchen, mindestens 860 Dollar. Aktueller Zielbereich hier 650 bis 425 Dollar. Das heißt, auch das leicht verändert. Ihr könnt hier den Count sehen, gehen wir jetzt explizit nicht stark drauf ein, aber das ist aktuell so der Ethereum-Account, den wir hier verfolgen. Das heißt, auch hier gehen wir davon aus, mit einer W nach unten, aktuell in der X hoch, dann in der Y nochmal hier abzuverkaufen. Sehen Sie auch hier, alternativ ist das hier ein 1, 2. Das wäre schon ein sehr, sehr bullisches Setup. Das heißt, Ethereum wäre schon in der Welle 3, während Bitcoin gerade noch in seiner Welle 1 ist. Das heißt, aktuell für uns, wie gesagt, das sekundäre Szenario, aber auch das kann gerne gechallenged werden, wenn wir hier die Moves sehen, die wir gerade bei Bitcoin angesprochen haben. Denn dasselbe können wir auch auf die Führung projizieren. A, B, C nach oben, sollten wir hier das 2618 hier bei den 1900 Dollar ungefähr anlaufen und dann hier dann quasi eine Seitwärtskorrektur hier nach unten sehen. Um dann nochmal höher zu drehen, haben wir auch hier wieder einen klaren 5-Teil nach oben. Dann können wir auch hier wieder in die Gegenkorrektur hier einsteigen. Das heißt, das wäre ein sehr, sehr starkes Zeichen. Aber aktuell, wie gesagt, noch unser sekundäres Szenario, primäres Szenario. A nach oben, B nach unten, 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Und das jetzt hier in dem Bereich 1663 US-Dollar, da wäre zumindest das Golden Pocket hier gegebenenfalls zu beenden. Aber selbes Spiel auch hier. Wir können auch hier nochmal in die Unterstruktur reinschauen. Das heißt, auch hier der starke Supportbereich hier beim 1-Fibonacci-Level über das WXY bei den 1464 US-Dollar in Kombination mit dem 1, 2, 3, 6er und dem 0, 3, 8, 2er des übergeordneten Levels hier bei den 1440 US-Dollar. Das heißt, das ist ein sehr, sehr starker Bereich und aktuell der primäre Bereich für diese Trendwende. Aus unserer Sicht für die Führung, um ganz, ganz wichtig, um danach auch nochmal höher zu drehen, um mindestens hier, sag ich mal, die 1664 US-Dollar hier attackieren zu können. Sollten wir das Ganze rausnehmen, wäre der nächste starke Widerstand hier bei den 1.825 US-Dollar und dann hier oben schon bei den 1.880 US-Dollar. Aber auch hier müssen wir uns die innere Struktur nochmal genauer anschauen, um das dann genauer bestimmen zu können. Selbes Spiel auch hier. Von Shorts halten wir oben erstmal die Finger fern. Long kann man hier definitiv gehen. Denn auch hier das sekundäre Szenario, welches noch bullischer wäre, das würde hier auf denselben Support-Bereich erstmal kommen. Das heißt, hier definitiv in beiden Szenarien von Support zu sprechen. Nach oben hin wird es dann wichtig, wie die innere Struktur hier aussieht. Aber da halten wir ja selbstverständlich mit dem Daily Upload hier auf den Laufenden. Das heißt, stell nochmal sicher, dass das kostenlose Album da ist und dass die Glocke auch aktiviert ist, damit du auch sicherlich nichts mehr verpasst in dieser spannenden Phase, muss man schon sagen. Denn die nächsten Tage und Wochen werden hier höchstwahrscheinlich die Entscheidung bringen. Bullrun 20, 23, ja oder nein. Und deswegen würde ich sagen, wir beenden wir jetzt das Video mit den wichtigsten Support-Bereichen. Hier nochmal bei Ethereum, 1460 bis 1440. Wenn das nicht halten sollte, sollte einmal 1400 bis 1390 auf dem Schirm halten. Ansonsten wichtigste Widerstandsmarke hier nach oben hin. 1666 Uro, 1825 und dann die 1880 in Kombination mit 1920 hier oben als finalen Widerstand. Da erwarten wir in jedem Fall dann sehr, sehr starken Widerstand und erst einmal eine Gegenkorrektur bei Ethereum. Gut, damit soll das Ganze schon gewesen sein. Video sehr, sehr lange, aber wir sind auch auf die Bodenbereiche nochmal eingegangen und wann wir hier kauftechnisch bzw. spottechnisch dann wieder aktiv werden, was muss dafür geschehen für einen Bullrun. Das heißt, hier sehr, sehr viel mehr wird in diesem Video. Daher ist es jetzt ein bisschen länger geworden. Aber wir bedanken uns an dieser Stelle trotzdem schon mal für jegliche Form von Support und damit hören wir uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen in der Früh zum Update und dann mit Trading und Er ist raus. Macht's gut. Ciao, ciao.